Bei uns im Input-Management ist es vom Systematik her so, dass wir heute schon Dokumente klassifizieren. Wir haben auch Dokumente im Schadenbereich bekommen. Wir reden hier mehr von einem Vorgang, also die Einreichung von einem Kunden besteht aus mehreren Dokumenten. Und diese Dokumenttrennung machen wir auch und erkennen dann daraus, da ist ein Anschreiben dabei, da ist eine Rechnung dabei, da ist ein Kostenvoranschlag dabei. Und jetzt ging es eben darum, wie können wir denn erkennen, dass es ein Neuschaden ist und keine Folgepost zum Neuschaden. Und die Herausforderung, die sich da eigentlich stellt, ist, dass wenn wir heute eine E-Mail bekommen, wissen wir in dem Fall oftmal gar nicht, war vielleicht vorher schon der Kunde am Telefon, hat im Rollsender angerufen, hat den Neuschaden gemeldet, die Neuschadenlage war da. Und die Herausforderung haben wir dann damit gelöst, dass wir hier gar nicht so sehr auf KI-Systeme gesetzt haben, sondern tatsächlich auch mal den Weg gegangen sind, sowas lässt sich regelbasiert lösen. Haben wir dadurch dann umgesetzt, dass wir in dem Vorgang einfach suchen, finden wir eine Schadennummer. Wir kennen ja das Berichtetenreich Neuschaden, wir wissen, es ist ein Dokument, das zum Schadenbereich gehört. Und wenn wir jetzt keine Schadennummer finden, die aktuell vorhanden ist, können wir relativ schnell und sicher davon ausgehen, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Neuschadenanlage handelt. Und das war ein kleines Umdenken bei uns, weil wir diese Stammdaten, auf die wir zurückgreifen, um diese Informationen eben zu prüfen, normalerweise einmal täglich bei uns in den Arbeitsspeicherkladen hatten. Das war dann in der Früh. Und wenn die Schadenmeldung an demselben Tag erfolgt ist und der Kunde dann zwei Stunden später die E-Mail geschickt hat, hatten wir natürlich noch nicht die scheue Neuschadennummer. Also wäre die Gefahr gewesen, wir könnten das wieder als Neuschaden erkennen. Dann sind wir eben vorgegangen und haben dann tagsüber Nachladen dieser Matching-Daten ermöglicht. Das heißt, wir bekommen einen Trigger von unserem Fachsystem und wissen, dass eine Neuschaden... Also im Endeffekt prüfen wir mal ab, ist da ein Delta da und laden diese Daten nach. Das machen wir dreimal am Tag, um eben dann sicherzustellen, dass wir auch die jeweilige Schadennummer haben und wissen, es ist ein Folgepoststück und kein Neuschadendokument. Ja, und die andere Thematik, die wir hatten, war, wenn wir dann wussten, es ist ein Neuschaden, es ist ein Neuschaden, mussten wir für eine automatisierte Nachbearbeitung neben Daten wie zum Beispiel den Stand der Kundendaten oder ein Schadendatum, was sich relativ einfach ermitteln lässt, auch Schadenart und Schadenspatte erkennen, weil das unser Fachbereich gefordert hatte. Wir hatten insgesamt im ersten Schritt in Kombination ca. 45 verschiedene Ausprägungen, wie man Schadenart und Schadenart zusammen erkennen kann. Einerseits, wir haben Sachschaden, das ist einmal Sachglas, Sachwohngebäude, Sachfeuer, Sachleitungswasser. Wir haben Kfz, Teilkasko, Volkkasko, Hanja, Haarwild und solche Themen. Und da sind wir dann eben vorgegangen und gesagt, das lässt sich mit regelbasiert und standardisierten Methoden gar nicht zuordnen, dass wir hier Training mit Ovation angestoßen hatten. Das heißt, wir haben dann versucht, mit diesem Cognitive Classifier Innovation zu versuchen, diese Schadenart und Schadenspatte-Kombination zu erkennen. Das steht hier schon wieder da. Also es gab später mal eine Reduktion davon, weil wir einfach festgestellt hatten, es gibt etliche Schadenarten, die gar nicht so häufig vorkommen, wo wir dann mit dem Fachbereich nochmal in Austausch gegangen sind, um das Ganze zu reduzieren. Ja, Vorgehensweise war klassisch, wie man es halt, ich nenne es klassisch, weil man einfache Trainings-, Validierungsmenge und Testmenge dahinter hat. Wir sind so vorgegangen, dass wir zu Beginn mit dem Fachbereich zusammen Trainingsdokumente gesammelt hatten, die eindeutig immer auf Basis der Dokumente, sei es durch die Bilder, sei es durch die textuellen Informationen, einer Schadenart und Schadenspatte zuzuordnen waren. Wir haben daraufhin ein Modell trainiert, das Modell war auch ziemlich gut. Wir haben 97,7% gegen unsere eigene Testmenge erreicht. Also es waren auch keine 100%, aber immerhin 97,7%. Und dann brauchen wir natürlich, um das Ganze zu verprobieren, eine Validierungsmenge. Das ist dann auch nochmal eine Menge, die genauso aufgebaut ist wie die Testmenge, nicht der Testmenge entspricht, aber auch klar zuordnbar ist, dass jeweils eine Schadenart und Schadenspatte dahinter steckt, die man auch auf Basis der Informationen, die einem vorliegen, erkennen kann. Und da war es dann so, dass wir mit 76% sehr zufrieden waren und haben das Ganze dann mal gegen unsere Testmenge gespielt. Das heißt, so eine Tagesproduktion und waren dann erstaunt, dass nur noch 51% überhaupt erkennbar waren. Ja, mussten dann aber auch feststellen, dass tatsächlich nur 67% mit KI-Technologie sauber erkennbar waren. Wir waren auch ein bisschen erstaunt, sind dann mal auf die Suche gegangen, woran liegt es denn? Und haben dann festgestellt, das ist immer dann der Fall, wenn man auf Basis der vorliegenden Dokumente gar nicht erkennen kann, zu welcher Schadenart und Schadenspatte gehört es, weil man dafür weitere Informationen benötigen würde, wie zum Beispiel Informationen aus den Fachsystemen, Tarife oder Sonstiges. Und ich habe mal ein paar so Beispiele mitgebracht, woron es scheitern könnte. Also man glaubt es ja immer nicht, aber tatsächlich gibt es noch Handschrift. Das ist so ein Problem. Maschinenlesbarer Schrift ist ein Thema. Könnte man jetzt lösen mit einer Microsoft OCR, die kann Handschriften relativ gut, haben wir derzeit noch nicht im Einsatz, ist aber in Planung. Mit dem wird man sowas schon besser hinbekommen. Und dann fehlen natürlich hier in dem Beispiel sämtliche Informationen, Vertragsinformationen, Ansprechpartner, Details zum Schadenhäger. Also sowas lässt sich dann relativ schwierig mit Schadenart und Schadenspatte erkennen. Das war so ein Thema. Ein anderes Thema war auch ein spannender Fall. Da wird unser Schaden gemeldet, dass ein Feuer ausgebrochen ist und das in der Werkstatt gebrannt hat. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, das Thema ist über die Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs geregelt worden. Bei uns ist das Wohngebäude versichert und die Meldung kam nur vorsorglich. Also das war aufgrund der vorliegenden Informationen auch nicht sauber zuordnenbar. Und eines der schönsten Beispielbilder, die wir hatten, war tatsächlich sowas. Also wenn man das sieht, man sieht sofort, das ist der Glasbruch. Also tatsächlich war es in dem Fall so. Der Kunde hat die Hängeschenke selber montiert, ist runtergefallen, dafür haftet er selber. Das Ceranfeld ist dabei kaputt gegangen und das war versichert. Und das würde natürlich aufgrund dieser bildhaften Erkennung die Wahrscheinlichkeit von 1,05 Prozent ergeben. Also auch das sind Vorgänge, da hat man einfach seine Probleme draus. Und deshalb war es so, dass wir aus den gesamten Produktionsvorgängen halt nur 67 Prozent überhaupt zu einer Erkennung bringen können. Und dann rückgetrachtet, das ist schon wieder relativ gut, wenn man davon 76 Prozent richtig erkennen kann. Ja, was sind so die ersten Learnings aus dem Thema, was wir festgestellt haben, was ganz wichtig ist. Also nicht nur auf die technische Seite schauen, sondern immer Fachwissen mit einbringen. Fachwissen ist da was ganz essentiell Wichtiges. Ganzheitliches Verständnis über den Prozess, dass auch sowohl Entwickler und die Fachbereiche wissen, wie funktioniert das Ganze, wie ist der Gesamtprozess, was sind die Anforderungen, dass die konkretisiert werden können. Ein anderes Thema, klar, Trainingsmenge, Validierungstestmenge müssen klar voneinander abgegrenzt sein. Sonst hat man hier wenig Erfolg. Sortenreine Trainingsmenge ist natürlich ganz wichtig. Und da ist es tatsächlich auch so, eine Selbstlernensysteme sind nicht für alles geeignet, sondern nur für gewisse Use Cases. Deswegen ist das Supervised Learning schon wesentlich wichtiger, als einfach das System mal frei trainieren zu lassen, wenn es solche Spezialanwendungsfälle sind, was uns da zukünftig generative AI bringen wird, glaube ich, wird noch spannend. Also da haben wir bestimmt noch mehr Themen, die man anderweitig umsetzen kann. Aber mit den klassischen Systemen ist es einfach noch so. Ja, und wo wir auch feststellen, wo man immer drauf achten muss, das ist so, ja, verbastelt das System nicht. Also trainiert es da, wo es trainierbar ist. Je mehr man mit eingreift und versucht, dagegen zu steuern, hat im Endeffekt, gerade bei so standardisierten Systemen, wenn man irgendwelche Releases hat und neu einsetzt, immer wieder die Problemhaftigkeit, dass man dann da nachbessern muss. Und ja, als Fazit daraus war wohl so, jedes AI-System in dem Fall, wie es wir eingesetzt haben, ist nur so gut wie der Trainer selbst. Und ja, das war so dieses erste Learning daraus. Und jetzt würde ich auch mal zum nächsten Use Case kommen. Das war das Thema Schadenrechnung. Da war Auftrag und Ziel, wie immer, natürlich eine Automatisierung über den gesamten Prozess zu erreichen. Und was wir heute schon konnten, war eben das Thema Schadenanlage. Ich hatte ja gerade beschrieben, Neuschadenerkennung, Neuschadenanlage. Wir konnten daraus auch schon Kostenvoranschläge extrahieren. Und der heutige Prozess in der Schadenbearbeitung sieht so aus, dass die Kostenvoranschläge zum Dienstleister gehen. Der macht eine Fachprüfung draus, da kommt die Rückmeldung zurück, dann ist das Ganze plausibel. Und irgendwann erreicht uns im Input-Management halt eine Rechnung dazu. Und wenn uns die Rechnung dazu erreicht, könnte man, wenn die Daten aus der Rechnung vollständig ausgelesen sind, vollständig plausibilisiert sind, die Ganze an ein Fachsystem übergeben und da eine Prüfung aufsetzen. Und wenn diese Prüfung so ausgeht, dass man das Ergebnis bekommt, Rechnung passt zur Kostenvoranschlag, lässt sich hier relativ schnell eine automatisierte Zahlung machen. Kann man natürlich auch ohne Kostenvoranschlag machen, indem man einfach hergeht und sagt, man hat Rechnungen bis zu bestimmten Summen, die könnte man automatisiert zahlen. Das ist aber ein Thema, deswegen aus Sicht des Input-Managements, weil das Thema der Fachsysteme ist, die entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Aber auch da ist eine Rechnungserkennung möglich. Und was sind denn so Themen, die man einfach erkennen muss? Das waren so die Anforderungen aus den Fachbereichen. Was brauchen sie denn? Die brauchen klassisch Rechnungsempfänger. Da kommt alles dazu, Nachname, Vorname. Wir brauchen die Schadennummer, Vertragsnummer, Kfz-Kennzeichen, wenn es eine Kfz-Werkstattrechnung ist. Wir brauchen die Fahrzeug-Inifikationsnummer. Wir müssen Informationen über den Rechnungssteller haben, insbesondere da die IBAN, weil wir natürlich automatisiert leisten wollen. Das muss alles mit in der Erkennung mit dabei sein. Und so klassische Themen wie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Brutto und Netto. Das sind alles so Punkte und unter anderem Währungskennzeichen, die wir für die automatisierte Verarbeitung später brauchen. Und was war unser Vorgehen an der Stelle? Also Auftrag war automatisches Auslesen der Informationen für die Schadenbearbeitung, Regulierung. Und dann war das Thema, welche Lösungen gibt es da? Es gibt am Markt halt relativ, ich weiß nicht, viele nicht, aber es gibt halt auf dem Markt vortrainierte Standardservice für den Schadenbereich, mit denen man Rechnungen lesen kann. Und wir haben uns in dem Fall für unseren Partner nach einem POC entschieden, Insiders, der eben auch solche Services anbietet, mit denen man Schadenrechnungen lesen kann. Wir haben auch POCs da vorher durchgeführt. Und warum die Entscheidung nach dem Insiders gefallen ist, wir haben bei den POCs festgestellt, also diese Erkennung auf den Feldebenen ist relativ ähnlich. Also das nimmt sich nicht viel, also da ist der eine ein bisschen stärker, der andere ein bisschen schwächer. Und weil wir das Thema Regulatorik hatten, wir hatten halt schon einen bestehenden Vertrag, wir hatten schon eine Cloud-Lösung, die man einsetzen konnte. Und das war dann der Grund, warum wir auch gesagt haben, wir gehen den Weg erstmal, ich sage auch mal erstmal dazu mit Insiders, weil wir natürlich auch feststellen, dass auch die Hyperscaler jetzt auch, das heißt Amazon, Google, Microsoft solche Services anbieten. Aber wie wir es vorhin schon gehört haben, da macht halt die Regulatorik halt noch ein bisschen Strich durch die Rechnung, dass wir die noch nicht so anbinden können. Und das wollen wir uns aber halt auch vorbehalten, dass wir solche Services zukünftig da anbinden können, wo wir es benötigen. Und wir haben bisher auch noch keine Datenschutzfreigabe, um solche Services zu nutzen. Wir sind momentan dabei, dass wir so eine eigene Chat-GP-Türlösung bei uns aufbauen, die halt in so einem, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, Diskundity Container oder was auch immer läuft. Und die ist aber auch noch nicht freigegeben. Und erst dann, wenn es so weit ist, werden wir damit anfangen können, Erfahrungen zu sammeln. Ja, aber bei dem Service, wie war da unsere Vorgehensweise? Wir haben einfach mal den Standardservice angebunden, haben das dann mal gegen Rechnungen laufen lassen, haben es getestet, haben dann festgestellt, es fehlen noch ein paar Informationen, sind dann auf den Hersteller zugegangen und haben gesagt, pass mal auf, da fällt uns noch ein KZ-Kennzeichen, da fällt uns noch ein Währungskennzeichen, das war nicht mehr dabei. Macht aus unserer Sicht Sinn, dass sowas in den Standard mit integriert wird? Dann ist es dann auch integriert worden in diesem Standard. Dann hatten wir aber auch noch eigene Anpassungen vorgenommen. Das war unter anderem auch mit diesen Stammdaten von Bedeutung. Wir hatten nämlich das Problem, die OCR-Ergebnisse sind alle relativ gut, auch bei den Adresslesungen, aber wir haben halt immer Probleme mit der Validierung. Wir hätten halt das gerne, wie wir es uns im Sprechen immer so als grünes Feld tatsächlich dunkel durchschleusen können. Und das funktioniert am besten, wenn man es gegen Stammdaten prüfen kann. Und da hat man halt den Vorteil, wir wissen, wir ermitteln an erster Stelle die Schadennummer, dann erkennen wir ja schon, wir haben den Schadenpartner, wir haben die Werkstatt gegebenenfalls, schon weil der Kostenvorschlag da ist, können wir das gegen das prüfen und haben dann auch die validen Daten, die wir für die Nachbearbeitung brauchen. Haben wir die Informationen noch nicht, weil es eine neue Schadenanlage ist und die Rechnung mit dabei ist, dann können wir zumindest auf den erweiterten Satz der Stammdaten zugreifen, weil wir natürlich die Kundendaten kennen, wir kennen Werkstattdaten, kommen ja wieder, kehren immer wieder vor. Und deshalb dreistufiges Vorgehen, weil der letzte Schritt war einfach, die standardnackten OCR-Ergebnisse zu nutzen. Und da hatten wir, da ging es mir um das Thema Automatisierung, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, die Auftragsqualifizierung, also die Postverfassung sagt natürlich, ich will den Aufwand bei uns so gering wie möglich halten. Und dann war die Idee zu sagen, okay, wenn wir nur OCR-Ergebnisse haben, dann geben wir gar keine Informationen ab. Und dann haben wir uns das mal angeschaut, haben das verprobt und festgestellt, nee, die waren viel zu gut dafür, dass wir die einfach verwerfen. Und haben dann tatsächlich in einem Test auch einmal Mitarbeiter hingesetzt und gesagt, was schaffen denn die denn in so einer Fassung, wie lange dauert denn so eine Nachbearbeitung für die Rechnung, die überhaupt auftaucht. Und wir haben da jetzt den aktuellen Stand, also wir sind auch noch in Produktion damit, das sollte aber im Laufe des Jahres noch passieren, dass wir auf Basis der Dokumente 20% der Rechnungen im Dunkeln im Input-Management verarbeiten. Und wenn eine Nachbearbeitung auf einer Rechnung erforderlich ist, dann sind wir da bei 35 Sekunden die Rechnung. Und es ist natürlich noch wesentlich weniger Zeit, die man auffindet, als wenn es der Fachbereich später komplett selber fassen müsste. Und ja, um das mal zu zeigen, ich habe einmal so ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist so eine klassische Rechnung. Da wird eigentlich alles schon geprüft. Da sind alle Felder qualitiert und abgenommen. Da liegt es vielleicht hier in dem Beispiel noch einmal eine Rechnungsnummer, wo die Konfidenz halt nicht genau aufgeht. Also das ist ja auch eine Stellschraube, an der man noch arbeiten kann. Und sagen, dann geht man halt da mit der Konfidenz runter, bis man eine Wert erreicht, die einfach sicher, gefühlsicher erkannt wird. Aber da ist halt eine Bearbeitung, Nachbearbeitung von, ja, gefühlsicher ist gut. Und ja, ein anderes Beispiel, was ich mir mitgebracht hatte, ein Vorteil, den diese Services halt bieten. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, wir haben bei uns die Microsoft OCR noch nicht im Einsatz, aber diese KI-Services bieten halt, nachdem sie in der Cloud liegen, dann schon die Microsoft OCR. Und dann hat man halt auch das Problem nicht mehr, dass man keine Handschriften erkennen kann, sondern auch die sind dann erkennbar, diese Handschriften. Natürlich mit allen Ungewissheiten, die man da noch mit dabei hat. Also bei Handschriften ist es immer noch nicht so, dass es 100% richtig ist. Und was wir natürlich auch erkennen, was wir auch umgesetzt haben, ist diese nervseitige Erkennung einer Rechnung. Das ist ja auch immer so ein Thema, Rechnungen sind nicht klassisch einseitig, sondern die Informationen finden sich auf irgendeiner Seite dieses Dokuments. Und gerade die Kopfdaten, die kommen halt von der ersten Seite, die Rechnungsdaten von der letzten Seite. Das sind alles so Punkte, die trotzdem automatisiert mitverarbeitet werden können. Ja, was waren so aus dem Gesamten unsere Lessons learned? Also fangen wir nochmal bei dem Thema Trennung, Schadenart und Schadenspatte an. Da haben wir jetzt so die Idee mal gehabt, wir könnten vielleicht Schadenart und Schadenspatte nicht mehr als Kombination erkennen, weil wir haben festgestellt, dass so Klassifikatoren, wenn man sie trainiert, auf die Schadenspatte relativ sicher kommen. Also da haben wir fast überhaupt keine Probleme. In einem zweistufigen Schritt könnte man dann, wenn die Spatte schon bekannt ist, die jeweilige Schadenart noch ermitteln. Das ist so der Stand, den wir jetzt haben. Wobei man dazu sagen muss, wir sind auch ein bisschen weiter, wir probieren gerade ein bisschen mit Gen AI rum und versuchen mit JetGBT solche Sachen zu lösen, indem man richtige Prompts absetzt. Und da haben wir auch in den ersten Ergebnissen mit anonymisierten Dokumenten auch schon relativ gute Ergebnisse erreicht, dass die, wenn so ein Handbuch an so ein System übergeben wird, also ich nenne es Handbuch, also klassische Beschreibung, was ist Schadenart, Schadenspatte, auch gute Ergebnisse bekommen. Auf jeden Fall, daran arbeiten wir noch. Anderes Thema, was ich ja vorhin auch schon mal, was ganz wichtig ist, ist immer diesen Auftrag zu hinterfragen. Wir hatten eben die Beispiele, wo wir, der Fachbereich kommt auf einen zu und sagt, ja, wir hätten gern alles. Dann versucht man, das alles umzusetzen. Und wenn man dann irgendwann mal nachfragt, stellt man fest, ja, das war eher so nice to have, wir brauchen es nicht zwingend, aber die Punkte sind genau die, die wir brauchen. Und dann lässt sich der Auftrag reduzieren und man hat halt wesentlich bessere Möglichkeiten, auch eine Automatisierung hinzubekommen. Und anderes Thema, ja, auch dem Auftraggeber mal erklären, was kann KI, was kann das Inputmanagement, weil da sind die Erwartungshaltungen, gerade heute, wenn ich auf einer relativ hohen Ebene drauf schaue, immer so, dass die KI doch alles kann. Also da gibt es ja keine Grenzen und das Verständnis ist dann oft einmal nicht da dafür, warum schafft es ihr nicht, im Inputmanagement es umzusetzen, wo KI doch alles kann. Da einfach auch mal ein paar so Grenzen aufzeigen und mal zeigen, warum es denn vielleicht an manchen Stellen nicht geht. Und der andere Punkt war noch, deswegen das Thema Dunkelverarbeitung, wo wir mal gescheitert sind, Begriffsbestimmung und Erwartungshaltung klären. Also wir haben damals auch gesagt, wie wir den POC gestartet haben mit dem Thema Schadenrechnung, war unser Anspruch für den Business Case, den wir mal gerechnet hatten, dass wir 15% Dunkelverarbeitung erreichen wollen im Inputmanagement. Der Fachbereich selber ist dann ausgeflippt, wir können doch nicht nur 15% Dunkelverarbeitung machen, weil das über die Gesamtstrecke bringt das ja gar nichts. Dann haben wir mal erklärt, ja, das mag schon sein, aber wenn wir halt 15% Dunkel im Inputmanagement verarbeiten, waren zwar 85% hell, aber in einzelnen Feldern, die nur nachgearbeitet werden müssen, bekommt ihr für die Fachbereichsdaten ja trotzdem 100% der Daten geliefert. Also habt ihr das Potenzial aus 100% der Rechnung eine Dunkelverarbeitung anzustoßen. Und deswegen war es hier wichtig, diese Abgrenzung mal zu geben, was ist Dunkelverarbeitung im Gesamtprozess, was ist Dunkelverarbeitung im Inputmanagement, was ist Dunkelverarbeitung in den Fachsystemen. Und dann hat man das auch relativ schnell klären können, dass mit wenig Aufwand 100% der Daten an den Fachbereich gehen. Ja, das so gleiches Verständnis über den Prozess und die Umsetzung ist, ist, glaube ich, für alle Beteiligten immer wichtig, dass man einfach weiß, was hat man denn für ein Ziel, wie will man das Ziel erreichen, was ist denn dazu beizutragen. Und wenn das alles umgesetzt ist, dann haben wir als Fazit, dass das Inputmanagement technisch der Enabler ist für die Dunkelverarbeitung im Fachbereich. Wir schaffen es dadurch, Kosten zu reduzieren. Und wir haben natürlich auch das Thema Kundenerlebnisse schaffen, weil wenn die Dunkelverarbeitung und die Auftragsbeschaffung richtig läuft, ist der Prozess teilweise so schnell, dass man tatsächlich dem Kunden in ein, zwei Tagen vollumfänglich dann seinen Leistungsbereich abgearbeitet hat und die Leistung bezahlt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017